Supplementierung heißt nicht immer Muskelaufbau, sondern in dem Fall bzw. in meinem Sport benutze ich die Supplementierung, um schneller zu regenerieren. Wenn ich schneller regeneriere, dann kann ich auch viel mehr trainieren. Das heißt, ich möchte zwei bis drei Mal am Tag trainieren, ein hartes Sparring haben, meine Techniken drillen und dann am nächsten Tag weitermachen. Leute haben oft keine Zeit, um selber zu kochen, weil sie den ganzen Tag in der Arbeit sind und nutzen das als Ausrede, Fastfood zu essen, Junkfood zu essen. In dem Fall könnte man einfach einen Proteinriegel oder einen Protein-Check nehmen, um einfach die Zeit zu überwinden, wo man eben nicht gekocht hat. In meinem Fall nehme ich sehr viel Glutamin, WCA's, Aminosäuren, Omega-3, Zink und Vitamin C zu mir. Nicht nur als Profisportler, sondern auch als Hobbysportler sollte man eine Supplementierung in Erwägung ziehen, da es sehr wichtig ist, dass man eine sehr starke Leistung auch beim nächsten Training bringt, am nächsten Tag.